So, dann geht's heute mal wieder eine Runde weiter. Erstmal in Metten, bei der Hench Arena. Kumpfen wir mal eine Runde. Hat tatsächlich gut aussehen. So, dann klappen wir mal wieder ein paar Pokestops ab in den Längen. Diesmal den Lachs in. Und plötzlich steckt sein Ei. Schauen wir mal was drin ist. Oh, ein Owei. So, jetzt sind wir bei der nächsten Arena. Hier wollte ich mal ein Pokémon platzieren. Welchen nehmen wir denn? Wenn man einfach irgendein Popelig ist. Dann haben andere noch mal zu kämpfen. So, dann war das auch erledigt. Levelaufstieg. Gab wieder tolle Sachen. So, als nächstes ist der Bahnhof, keine Unterführung. Und... Nehmen wir auch alle Pokestops mit, die wir kriegen können. Da schlüpft das nächste Ei. Na gut, das ist jetzt nicht so die wahnsinns Überraschung. Aber naja. Mittlerweile ist es auch schon später am Abend. Wir haben ein wildes Fleckmon. Das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Aber das will nicht. Ist ganz schön viel los in Längen. Alle spielen dieses Spiel hier. Okay. So, dann haben wir den auch. Und da haben wir schon das nächste. Das war bei der Hochschule. Zack. Wahnsinn. Der taucht vor allem, glaube ich, gefühlt auf, wenn es dunkel ist. Beim Fahrrad fahren ist das nicht so einfach. Bummelhof. Das war um... 23.30 Uhr beim Bahnhof. Das war jetzt auch das allerletzte, was ich einfange. Und danach... geht's ins Bett. Na, komm schon. Na, der will nicht. Das gibt jetzt erstmal Futter. So, dann geht's nochmal. Und... Kann man nochmal? Jupp. Shit. Zum Blöd zum Werfen. Ja, da haben wir ihn. Oder es. Jetzt. Alles klar. Ja, dann in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann gibt's��... Bis zum nächsten Mal.